Stahl bedeutet Heimat. Ein maßgeschneideter Heimbau für zig Unternehmen und Industriebetriebe in unserem Land. Stahl ermöglicht uns, Weiten und Höhen zu überwinden. Stahl bedeutet Freiraum, dem keine Grenzen gesetzt sind. Er steht für Kreativität und Modernisierung und haucht alten Baugarten neues Leben ein. All das ist unsere Mission. Neben dem konstruktiven Stahlbau sind der Heimbau sowie die gesamte Gebäudeaußenhülle unsere Kernkompetenz. Von der ersten Idee über die Konzepterstellung und Einreichplanung bis hin zu der Montage und letztlich der Übergabe begleiten wir sie mit unserem Know-how und unseren handwerklichen Fertigkeiten. Für uns ist Handschlagqualität kein loses Versprechen. Sie ist vielmehr die Basis für jahrelange und enge Kundenbeziehungen. Und genau diese Werte geben wir neben unserer Erfahrung und unserem Wissen an unsere nächste Generation weiter. Denn nicht nur unser Firmenfundament, der Stahl, ist ein beschränkiger Werkstoff. Auch auf unser Gespür für die Bedürfnisse der Menschen und den Wunsch nach Individualität ist Verlass. Gehen wir gemeinsam den Weg in die Zukunft. In eine Zukunft der Sicherheit und Flexibilität. Der Widerstandsfähigkeit und Stetigkeit. Der Tradition und Moderne. Grümmerstahl. Wir schaffen lebendige Stabilität.